Hallo und willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal Scientor. Ich bin Yannick und hier lernst du, wie du besser Schach spielen kannst. Falls du diesen Kanal schon länger verfolgst, dann hast du vielleicht gemerkt, dass in letzter Zeit nicht mehr allzu viele Videos online kamen. In der letzten Woche kam kein einziges Video online und davor, fast täglich, habe ich hier versucht, ein Video für euch bereitzustellen. Aber warum ist das jetzt der Fall? Das liegt vor allem daran, dass ich gemerkt habe, dass mich die Videos sehr viel Zeit und Energie kosten. Zwar macht es mir natürlich auch jede Menge Spaß, hier mein schachliches Wissen zu teilen und mit euch gemeinsam hier besser zu werden. Aber ich habe mich jetzt entschieden, diese Energie zu investieren und mit dieser Energie selbst an meinem eigenen Schach noch weiterzuarbeiten und auch selbst besser zu werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie mache ich das jetzt genau und wie kannst auch du an deinem Schach arbeiten, dass du auch schachlich dich verbessern kannst. Und heute in diesem Video will ich dir ein schönes Tool vorstellen, mit dem du alle Großmeister, Supergroßmeister, Top-Partien, dir anschauen kannst, analysieren kannst und so auch dich selbst verbessern kannst. Viel Spaß damit! Das Erste, was du tun musst, um alle Top-Partien der aktuellen Woche nachspielen und selbst nochmal analysieren zu können, ist dir ein neues T-Shirt anzuziehen. Ja, ich habe es leider nicht mehr geschafft, das Video an einem Tag fertig aufzunehmen. Das lag einfach daran, dass die Tonqualität nicht besonders gut war. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Und dann musst du hier in deinen Browser gehen und natürlich erstmal Liches öffnen, denn Liches muss immer offen sein im Hintergrund. Und Liches ist einfach die beste Seite. Deswegen wollen wir die supporten und haben die hier im Hintergrund immer offen. Ne, Spaß! Auf jeden Fall, du öffnest hier einen neuen Tab und hier suchst du im Browser mal The Week in Chess. Das gibst du hier einfach mal ein. Du siehst es hier schon blau hinterlegt, weil ich auf dieser Seite schon mehrmals war. Das gibst du einfach ein. Zack, suchst das mal. Und hier siehst du schon die verschiedenen Suchergebnisse und die erste Seite, die dir hier angezeigt wird, Home, The Week in Chess, ist auch das Richtige. Da gehen wir einfach mal drauf. Jetzt lädt hier die Startseite und du siehst hier viele verschiedene Sachen, zum Beispiel Turnierberichte, Chess.com ist hier vertreten. Man kann hier sehr viele Sachen nachschauen. Ich habe mich nur nicht so genau mit dieser Seite beschäftigt. Das Einzige, was du wissen musst und was du brauchst, ist, dass du hier oben in dem kleinen Text The Week in Chess Download Page steht hier. Und da musst du einfach drauf gehen. Und es sieht erstmal so aus, als hätte sich nicht besonders viel an dieser Seite verändert. Aber wenn du jetzt runterscrollst, findest du hier die verschiedenen Daten und jeweils zu dem Datum findest du immer alle Partien, die in dieser Woche gespielt wurden. Und zwar kannst du die einmal im CBV-Format herunterladen und einmal im PNG-Format. Und ich würde dir empfehlen, das PNG-Format herunterzuladen, weil das am einfachsten ist, um die Partien dann später auch zu öffnen. Dafür musst du einfach hier draufklicken. Jetzt siehst du hier oben, der Download startet schon. Hier Twist 1390 G2. Ja, ich habe es schon mehrmals heruntergeladen, aber das ist die richtige Datei. Da musst du jetzt einfach später noch auf Datei öffnen gehen. Aber bevor wir das machen, brauchen wir natürlich auch eine Software, mit der wir die ganzen Partien auch uns anschauen können dann. Und dafür nehmen wir den Chatspace Reader. Wie bekommen wir den? Dafür öffnest du erst wieder hier ein neues Tab und gibst hier oben einfach mal Chatspace Reader ein. Du siehst hier, es wird mir auch schon angezeigt. Ich denke, ihr seid alle in der Lage, das selbst einzutippen. Und dann gehen wir hier drauf. Und hier gehen wir auf die zweite Seite, Download Chatspace. Und wenn wir jetzt hier sind, siehst du, du kannst hier einmal das klassische Chatspace runterladen, wo man online sehr viele Partien spielen kann und alles mögliche auch damit anfangen kann, würde ich dir auch empfehlen, das mal herunterzuladen. Und hier unten kannst du den Chatspace Reader installieren. Klickst du einfach hier auf kostenlos herunterladen, dann startet der Download hier oben schon. Und anschließend ist es auch recht einfach, hier das Ganze zu installieren. Ich habe das Ganze schon installiert. Du musst einfach jetzt die Datei öffnen und dann wirst du hier durchgeführt durch den Download- und Installationsassistenten. Das ist wirklich gar kein Problem und komplett selbsterklärend. Deswegen werde ich das hier nicht nochmal machen. Ein Problem, was bei mir aber noch aufgetreten ist, weshalb ich die Partien nicht öffnen konnte, das zeige ich dir jetzt noch und wie du die Partien eben auch mit dem Chatspace Reader öffnest. Okay, wir gehen mal zurück auf meinen Desktop. Du siehst hier schon, ich habe den Chatspace Reader installiert. Das Ganze öffnen wir jetzt auch mal. Und jetzt dauert es etwas und jetzt sehen wir hier schon die Startseite vom Chatspace Reader. Man kann hier auch sehr viele Sachen machen. Ich habe mich noch nicht so genau mit der Software beschäftigt. Auf jeden Fall geht hier sehr viel. Und wir wollen jetzt die Datenbank öffnen, die wir eben gerade heruntergeladen haben, wo alle Partien der aktuellen Woche drin sind. Und dafür musst du hier erst einmal deinen Download-Folder öffnen und dann findest du hier ganz unten bei den aktuellsten Downloads heute Twist 1390 G2. Und den haben wir ja gerade heruntergeladen. Das Ganze musst du erst nochmal entpacken, denn das ist eine SIP-Datei hier. Dafür machst du einfach hier einmal einen Rechtsklick drauf und gehst hier auf Dateien entpacken. Dann klickst du OK und jetzt ist das Ganze schon entpackt. Und das ist ganz wichtig, dass du das machst, denn ansonsten kannst du das Ganze nicht öffnen. Jetzt gehst du hier auf Öffnen und jetzt finden wir hier schon 1390 G2. Du klickst da einmal drauf und diese 14 hier oben links, dieses Format brauchen wir. Da machst du einfach einen Doppelklick drauf und du siehst hier schon, die ganzen Partien werden geöffnet. Hier das Gold Money Asian Tournament wurde ja letztens hier gespielt und da siehst du hier schon die ganzen Partien, die da gespielt wurden. Und ich finde, jetzt wo wir hier schon mal drin sind, können wir auch noch was für den schachlichen Aspekt hier in dem Video tun und schauen uns mal noch eine Partie an. Das hier, die Partie war sehr interessant zwischen Firuja, Alireza Firuja und Carlsen, also dem Weltmeister. Und der junge Firuja ist gerade einmal 17 Jahre alt und konnte hier den Weltmeister schlagen. Von daher eine super interessante Partie, die wir uns auf jeden Fall mal anschauen müssen. Doppelklick da drauf und dann öffnet sich das Ganze hier schon. Und wir sehen hier, in Chessbase hat man hier auch sehr viele schöne Optionen, was man hier machen kann. Wir sehen zum einen hier, welche Spieler gespielt haben, dann eben die Elo, dann hier in welchem Turnier, im Gold Money, eigentlich ist so gut bei mir, AsianPriLimeChess24.com Int, wahrscheinlich für Internet, Turnier. Und dann sehen wir hier die ganze Partie. Hier oben kannst du die Engine ein- und ausschalten, musst du einfach kurz mal draufklicken und dann siehst du hier unten die Engine. Dann kannst du hier verschiedene Varianten noch hinzufügen oder ja auch wieder wegnehmen. Ich finde so zwei Varianten eigentlich immer am angenehmsten. Dann sieht man, wie viele verschiedene Züge und Alternativen es hier noch gibt, die ganz gut sind. Und dann schauen wir uns mal die Partie an. Und Firuja hat hier weiß, eröffnet mit E4 und wir sehen hier einen Italiener. Also eigentlich eine recht ruhige Eröffnung. Und das Ding ist, Firuja entscheidet sich hier mit F4 zu spielen. Und die Variante war für mich auch neu, dass es die hier gibt, aber entscheidend kann man das hier noch irgendwie spielen. Schwarz soll hier Vorteil haben, aber man muss sich hier als Schwarzer natürlich auch auskennen, damit das Ganze hier auch zum Vorteil umgesetzt werden kann. Und wir schauen uns mal an, wie das Ganze hier weitergeht. Springer C6, Springer F3, A6, Läufer B3, H6. Und es ist wichtig, dass wenn man sich solche Partien anschaut und dadurch auch besser werden will, sich nicht immer nur einfach die Partie anschaut und sich überhaupt nichts dabei denkt, sondern man sollte auch überlegen, was die Ideen der beiden Spieler sind und selbst versuchen, so sich die Ideen herzuleiten und so auch ein bisschen besser zu werden durch diese Partien. Und wir sehen jetzt, Weiss spielt mit Dame E2 und du kannst ja schon mal überlegen, was könnte die Idee sein von Dame E2. Okay, die Zeit sollte gereicht haben und ich denke, die Idee von Dame E2, okay, ich kann es jetzt natürlich auch sagen, weil ich die Partie mir schon mal angeschaut habe, aber ich habe das auch gesehen, als ich mir die Partie das erste Mal angeschaut habe, dachte ich mir schon, dass Dame E2 wahrscheinlich die Idee hat hier, mit Läufer E3 weiter zu spielen und anschließend lang zu rochieren. Denn Weiss will nicht mehr kurz rochieren hier. Sein Königsflügel ist hier sehr schwach, gerade da der Bauer gerade nach F4 gezogen ist, ist die lange Rochade eine viel bessere Option hier für Weiss. Und wir sehen jetzt hier Läufer nach G4 und jetzt schlägt D5, Bauer schlägt D5, Läufer E3. Genau die Idee, die ich eben angesprochen habe. Springer D4, Dame F2, Läufer schlägt F3, Bauer schlägt F3. Carlsen gibt hier tatsächlich sein Läuferpaar ab und seine Idee dahinter ist, dass er jetzt die Kontrolle über die schwarzen Felder hier bekommt. Springer H5 und er will auf F4 rein hier, auf das schwache Feld auf F4 und dann hat Carlsen hier beide Springer drin. Das sieht schon sehr stark aus. Jetzt lang auch Hade und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo Schwarz später seinen König in Sicherheit bringen will, weil im Zentrum kann er nicht lange bleiben. Mit F4 kann das hier demnächst mal geöffnet werden und selbst wenn der Springer nach F4 reinkommt, nehmen wir den raus und haben hier ein starkes Zentrum direkt vor dem König, das geht ja auch nicht. Und ich denke auch, dass Schwarz hier nicht unbedingt kurz rochieren will, weil er dann genau in den Angriff reinläuft. Wir sehen hier schon, ab und zu zeigt der Computer solche Pfeile an hier von Weiß. Das sind dann meistens die besten Züge oder die Ideen, die Weiß in Zukunft hat und hier zeigt er Ton G1 an mit dem roten Pfeil. Ich habe die Pfeile auch noch nicht so ganz verstanden. Falls du dich damit auskennen solltest, kannst du es ja mal in die Kommentare schreiben. Hier folgt jetzt Springer nach F4, König B1, Springer schlägt B3, Läufer schlägt C5, Springer schlägt C5, Dame schlägt C5. Haben sich hier jetzt einige Figuren getauscht und wir haben jetzt nur noch Damen, Türme und ein paar Springer auf dem Brett. Weiß hat ein starkes Zentrum, hat sein König schon in Sicherheit gebracht. Von daher, auch wenn der Computer hier Ausgleich gibt, würde ich hier lieber Weiß spielen. Ist einfach angenehmer. Schwarz kann auch nicht kurz rohieren jetzt, wegen der Dame auf C5. Es folgt hier Dame, die 6 und jetzt werden tatsächlich hier die Damen getauscht. Jetzt sind wir in diesem Endspiel und jeder, der Carlsen kennt, Endspiele sind seine Lieblingszeit des Spiels. Sein absoluter Liebling auf jeden Fall und deswegen sollte man eigentlich denken, dass Carlsen hier jetzt sehr gute Karten hat. Aber so einfach ist das nicht, denn Weiß hat hier schon beide Türme verbunden und kann hier mal mit D4 das Zentrum öffnen und deswegen hat Weiß hier vielleicht sogar mehr Möglichkeiten. Wir sehen jetzt auch sofort D4 und jetzt lange Hochhade. Turm D2, Springer G6, Springer G2, jetzt Turm F8 und D5. Weiß schließt hier das Zentrum ab, zieht hier weiter nach vorne, kräft den Springer an und hat jetzt hier Raumvorteile im Zentrum und das sieht schon sehr angenehm aus hier für Weiß. Das folgt Springer G5 und jetzt macht Schwarz, hier Druck auf den Bauer auf F3. Es folgt jetzt Turm D3, Springer H3. Springer H3 droht jetzt erstmal Springer F2 und der Springer kann später vielleicht auch nach F4 rein. Und auch F5 ist hier eine Idee, wie uns Schlesper es hier schon wieder anzeigt. Jetzt folgt hier Turm C1 mit der Idee C4 zu spielen, F5, C4 und jetzt sehen wir hier das ganz klassische Spiel, Weiß spielt am Damenflügel und Schwarz am Königsflügel und das liegt auch daran, wie die Bauernketten hier aufgebaut sind. Die weiße Bauernkette zeigt hier zum Damenflügel, die Bauern sind hier nach vorne, immer bis zum Damenflügel und die Schwarze zum Königsflügel. Und so eine Grundregel besagt, man soll immer an der Seite spielen, wo die Bauernkette hinzeigt. Und das machen beide Spieler hier richtig. Es folgt jetzt hier, schlägt D4, Bauer schlägt D4, Turm F2 und jetzt kommt der Schwarze Turm hier rein. Auf einmal hängt hier der Springer und der Bauer und Schwarz gewinnt auch den Bauer hier. Und hier nach sollte Schwarz eigentlich deutlich besser stehen, jetzt einfach mit mehr Bauer und das ließ sich hier gar nicht so gut verhindern von Weiß. Und Kalzen sollte jetzt sehr, sehr gut stehen und hat hier erstmal bewiesen, dass er die Endspiele auch gut spielen kann. Aber was jetzt passiert, ist sehr interessant, weil wir wissen ja, Ferruja gewinnt das Ding hier noch. Er spielt jetzt mit C5. Opfert hier erstmal einen Bauer, aber den will Schwarz nicht unbedingt rausnehmen hier. Denn hier nachfolgt Springer A4, Weiß hat den starken Freibauer auf D5, der Bauer auf C5 kann nicht wirklich gehalten werden. Das müsste hier C4 folgen, laut Computer und jetzt Turm schlägt C4 und das ist auch nicht gut für Schwarz. Deswegen, da geht nicht besonders viel und Kalzen spielt weiter mit Springer F4. Was den Springer hier besser stellt, und schon mal hier vorbereitet, die Bauern anschließend vorzuschieben. Es folgt hier Turm D1, König B8 und C6. Ja, Weiß muss jetzt sein Gegenspiel hier entwickeln, sonst sind die verbundenen Freibau hier an dem anderen Flügel einfach viel zu stark. Deswegen C6 jetzt hier sehr radikal, geht hier Ferruja vor, muss hier irgendwie sein Gegenspiel bekommen und versucht hier auf der C-Linie sein Glück. Wir sehen jetzt hier Turm C8, Springer A4, Turm E2 und Springer B6. Jetzt kommt auch noch Springer rein und Turm C7. Und Schwarz sollte hier trotzdem noch besser stehen, einfach weil er mehr Bauer hat, hier die verbundenen Freibauern am anderen Flügel und momentan kommt hier Weiß noch nicht so richtig durch. Aber beide Spiele haben ja auch nicht so viel Zeit. Ich glaube, es war auch ein Rapid-Turnier hier, von daher sehr verständlich, dass hier auch Fehler noch passieren. Jetzt sehen wir Springer D7, König A7 natürlich, Turm C4, deckt den Bauern auf E4, H5, Turm G1, G6, A4, H4. Beide Seiten ziehen die Bauer nach vorne, der Bauer kommt jetzt hier nach H3 demnächst. Jetzt sehen wir B4, B6, B5, A5. Jetzt ist hier alles geschlossen am anderen Flügel und wenn du willst, kannst du hier mal kurz das Video anhalten, denn hier kommt der Gegenschlag von Feruja, wonach die Stellung gar nicht mehr so klar ist und Weiß hat hier einfach einen sehr, sehr starken Zug in der Stellung. Vielleicht kennst du es auch schon, aber ja, alle, die es noch nicht kennen, hier mal kurz das Video anhalten. Okay, Feruja spielt weiter mit Springer schlägt die 5. Bam, da kommt der Springer rein und das ist eben das Ding, wenn die Bauern so weit nach vorne geschoben sind und das solltest du dir auch merken und aus diesem Video mitnehmen, dass wenn man Freibauern sehr weit vorne hat, auch noch verbundene Freibauern, denn wenn der Springer jetzt genommen werden sollte, hat Weiß hier zwei verbundene Freibauern, sind die einfach super stark und können hier in der konkreten Stellung schon nicht mehr gehalten werden, Weiß würde hier durchkommen oder müsste sogar, oder Schwarz müsste hier einfach den Turm abgeben. Das ist die Variante vom Computer. Wenn der Turm hier zurückzieht, kommt einfach D7, Turm D8, C7. Die Bauern sind durch. Da kann Schwarz nichts gegen machen und deshalb ist das. Die Drohung und die Idee von Springer schlägt hier 5. Deswegen Carlsen hat das gesehen und spielt hier weiter mit H3. Setzt hier sein eigenes Spiel fort und versucht hier seine Bauern durchzubringen. Ist auch das Richtige hier. Jetzt sehen wir Turm A1, Springer schlägt D5. Und das fand ich sehr lustig und kurios an dieser Partie, weshalb ich sie hier unbedingt zeigen wollte. Auf einmal opfert Carlsen jetzt die Figur. Und die wird auch nicht genommen, denn nach schlägt D5, würde ihr Turm schlägt E5 folgen. Jetzt nimmt der Turm auf E5, dadurch hat hier Weiß keine verbundenen Freibauern und auf einmal sind die Weißen Bauern hier schwach. Und die Stellung sollte hier ungefähr im Gleichgewicht sein. Da der Bauer, der gedeckte Freibauer, auf C6 einfach sehr, sehr stark ist, ist hier nicht mal schlimm, falls Weiß hier einen Bauer weniger haben sollte. In der Partie sehen wir das wie gesagt nicht, sondern wir sehen hier, Springer schlägt G6, jetzt Springer E3, der Turm geht zurück nach C3, Springer G4 und hier nach steht Weiß schon besser. Denn jetzt folgt Springer F4, der Turm nimmt auf E4 raus und Springer D5. Jaja, ihr habt bestimmt gedacht, der Springer nimmt jetzt auf H3 oder gewinnt hier den Bauer zurück. Nein, die Idee ist es hier, den Springer zu aktivieren und hier weiter den eigenen Freibauer nach vorne zu schieben. Und diese starken Spieler wissen eben genau, was die Priorität ist und wo man seine Kräfte hinbringen sollte. Denn der Freibauer hier, das ist eben der weiße Trumpf, Weiß spielt ihn jetzt aus und will den Bauer hier durchbringen. Und das ist das Richtige hier in der Stellung. Und hier kann Schwarz schon gar nicht mehr so viel machen. Es folgt nach Springer F2, Springer steckt C7, Springer steckt H1 und nach Turm steckt H3 hat Carlsen hier bereits aufgegeben. Denn Schwarz kann hier nichts mehr machen. Der Computer empfiehlt schon Turm E7, was natürlich einfach, ja, Springer D5 zulässt, wonach der Turm wegziehen müsste. Und ja, dann anschließend hängt der Springer hier auf H1 und wenn er hier Turm E5 macht, zieht der Bauer vor. Also Schwarz kann sich hier nicht mehr verteidigen. Und falls Schwarz sich hier entscheidet, den Springer wegzuziehen und sagt hier, okay, ich decke den Springer einfach, dann kommt Turm H8 und Turm A8 matt ist nicht zu verteidigen. Es könnten jetzt noch einige Schachsfolgen, aber das ist kein Dauerschach. Und am Ende wird Weiß hier den Schwarzen König matt setzen. Also eine sehr schöne Partie, die ich dir hier noch am Ende zeigen wollte. Ich hoffe, dir hat dieses Tool auch gefallen, dir hat dieses Video gefallen. Falls das so sein sollte, lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, das würde mich freuen und unterstützen hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.